Moin moin zusammen und willkommen zurück zu Saints Row the Third. Hier trete ich wieder euer Sweezy und im Saints Row Team mit dabei, euer... Frumogoon, der gerade wieder mal am Pool abdanzt. Ja komm, der kriegt mal... zack, so. Boah, du mieter Kerl. Weißt du was? Weißt du was? Ja, du mich auch. So. So, ich spring mal in den Pool, mach mich kurz einmal nass und... Starte schon mal die neue Mission, der dich sagen. Exakt. Oh, Schutzmiss... Schutzauftrag... Äh, ja, mit Pierce. Hey. Let's go. Ich glaube, das wird von uns nicht in die Hand drücken. Äh, äh. Sehr schlechte Idee. So, ich hab' ich nur einen Schoß. Oh, scheint so. Das passt mir aber gar nicht. Das war gerade das kürzeste Minispiel ever. Wir haben's geschafft, ne? Yay! Oh doch. Oh. Oh, wir haben's geschafft, hört ihr das an. Oh! Nein! Das hört ihr an mir nicht zu schochen. Hey! Ich glaube, ich hab' uns von Pierce ein bisschen erwischt, oder? Ja. Ja. Wasch, du. Was macht man so? Äh. Oh. Ich glaube, das war auch nicht gerade besser. Aber das. Doch. Es ist kein... Egal. Egal. Es fährt, das reicht. Huh! Äh, wir sollten den mal nicht treffen. Ich hab' gar nicht weit nach links zielen, wie die uns dann zielen lassen wollen. Danke. Hat das Flugzeug endlich mal gedreht. Oh Gott. Ich hab' nicht dieses... Oh, doch nicht. Juhu! Juhu! Oh oh. Oh oh. Ich... Tja. Unterschützling ist gestorben! Weil du ihn so oft getroffen hast. Ja. Nop. Hinten. Hell, yeah. Die Tour ist engel! Die Tour ist engel! Und die Regal! Alter! Warte noch ein bisschen, bevor du schieh' das arme Auto! Ich hab' gar nicht geschossen! Schau' die Aufnahme, Mann! Später. Ja, das ist die Aufnahme. Oh, ich soll's intercepten. Oh, ich kann's schon da drüber sehen. Ich sehe gar nichts. Ich sehe den Hubschrauber. Danke. Ja, wer kann, der kann. So, da kommt auch gleich wieder einer raus. Oh, nein. Es brennt. Oh, nein. Ach, komm. Ich will tatsächlich ein klein wenig warten. Ja. Beim ersten Auto zumindest, weil... Das ist so nah drückt. Ja, Osman trifft's gleich. Ja, fast. Ja. Nein. Gut, ey. Genau. Gut. 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 Ah, sieht schon besser aus. Und? Weil so muss das. Jo. Boop. Ah, das geht doch. Jo. Nice. Super. Super. So läuft das. Damn, these guys don't give up. Nicht so früh. Das ist nicht passiert. Guck dir das an, der fährt doch immer. Ah. Oh. Halt, einer lebt nach. Das war saftig. Zivilisten noch mitnehmen, das ist cool. Ja. Auch geil. Hui. So. Ich hätte so glatt, wenn ich mal mein Kollegen auf den Städte. Hehe. Kann ich ihn nicht mitnehmen? Schön, Mann. Wow. Wow, was für eine Action hier. Ähm. Okay. Okay. Das sind viele. Nachladen. Äh, wie mach ich das? Okay. Oh, der kommt nochmal. Ich muss nachladen. Das sieht gut aus. So. Guckt noch einer? Bis jetzt nicht. Hm. Oh. Äh. Ja? Hallo? Hallo? Sag nicht, der hat sich festgepackt. An dem, an dem Auto da jetzt. Komm mal. Komm schon. Du schaffst es, Piers. Ja, geht rüber, komm. Oh, endlich. Komm schon. Ja, ich jetzt, komm. Oh, endlich. Es ist draußen, so. Es ist mir jetzt traurig gewesen. Ja. 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 Du schaffst. Du schaffst. Du schaffst. Du schaffst. Oh Okay Einer fehlt noch Ne Wundervoll So schön Schutzhänge geschafft Wuhuu Und Cash gibt's auch noch Nur 2.000 Das wär mehr wert Ah ja Okay Morgenstern Bezirkskontrolle Ja Wow Oh Alter Warum greifst du und an Was hat mich geklopft So Jetzt aber bevor ich jetzt was mach Oder müssen wir hier schon was machen Ich bin mir nicht sicher Wir haben hier eine Mission Schutzengel Aber die müssen wir noch nicht unbedingt machen Das ist wenn wir Geld und Respekt verdienen wollen Aber ich glaube ich will jetzt erstmal in den Muni Shop Ich auch ich sag mal hier ein bisschen So Moment Dann schubi mir schon mal eine Karre Ich lass mich jetzt kommen Ich lass mich jetzt kommen Stimmt So ich geh mal mit meinen Estrada Dankeschön Bumm Alter Ey Hallo Was bin's du Ach nee Was ist los Ups So Wo geht's naheim Oh Shit Das Motorrad will ich mitnehmen Das gefällt mir So Das geht schon so ab Wie ist das denn schon mit Nitro Gut dass du es erwähnst Uuuuuh Bip bip Zieht er durch? Ja Zieht er durch? Ja Hehehehe Halt Ich war dran vorbei So Das gefällt mir Wir kaufen mal eine geballte Ladung Muni Das kostet auch Geld So Okay So Passt Na ich könnte vielleicht noch was verbessern Ne 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 Ich hieb mir Geld noch auf So Wow Sieht aufgeräumt aus hier draußen ne Ja Ja Super Mein Motorrad scheint hinüber zu sein Oh Hei jei jei Was haben wir denn für Verbesserungen? Was haben wir denn für Verbesserungen? Weithändlich Pistolen What the hell? Okay Da können wir noch nichts machen So So Home sweet home ne Weit weg So Was sind wir jetzt hier? Ich hoffe das was meine Meine Tussi gerade gesungt hat Ist nicht äh Copyright Das habe ich gerade Das ist unsere Kontrolle Oh Morgen muss man nicht hoffen Ich hoffs nicht Ach warum passiert nicht Ich will doch nicht mein Handy So Oh wir sind echt weit weg von zu Hause Ja das stimmt so Ich habe gerade nur so kurz überflogen vorhin wo wir sind Weil ich schnell hierher wollte Aber ich werde gleich nochmal genau schauen Äh Verbesserungen Genau auf die andere Seite Ach du Schatten Aber ich würde sowieso jetzt erstmal nach Hause gehen Mal erstmal alles nachgucken weißt Zum auffüllen und bla 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 Na klar Ich fahr auch schon mal los Jo Könnte machen Jetzt nur gucken Ich nehme mal den Kenshin Wie lang So Sieht das Motorrad aus? Nein Moment Hier unten ist es Hey was für wieder Polizei Nix da Hey Was ist das gemacht? Ich auch nicht Oh hey Okay Ja ich bin richtig Huiiii Es macht Spass Ja Ja Super das Boing Wuiiii Wuiiii So So Wow Oh god Wuiiii Wuiiii Au aubuu auuoauauauauauauauau Gott der hell Wo bin ich? Ah Ich bin ja schon da Oh, du glücklicher Oh, du seliger Squeezy So, hier? Warum kann ich dich nicht kaufen? Hast du mehr? Achso, das hab ich im Besitz Aber den dann nicht Gut, dann nehm ich mir eben den vor Was ist unsere Garage? Äh, Pohr, gute Frage Ich hab's schon gesehen, ich weiß schon wo die Garage ist Ah, da, hab's schon Noch ein Oh, verdammt Tor, lebst du noch? Ja So, nice So So So, ja, du sagst das Hurra! Da braucht man schon wieder die Polizei mit Keine Ahnung, die haben irgendwas gegen mich Lass es einfach ins Domitil gehen, komm her Zweite War keine Lust grad Deswegen Einfach hier rein, dann Dann läuft sich das Problem von ganz allein Oh, shit So 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 Nein Nicht zur Lobby Ich will nicht zur Lobby So Penthouse So 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 Uh Yeah Wow Oh Was muss meine Tätowierung Was muss meine Tätowierung Hm Tonk So Das ist so knapp Hm So Oh Hi Hi Ich dachte mir nachdem du nicht ins Penthouse gekommen bist komme ich dir entgegen Ja ich bin grad ein bisschen am Kaufen Wow Bist du bescheuert Blödes Auto Der Berg muss Motorrad fahren ist gefährlich ich fahr trotzdem Motorrad Ah Tuning Shop Aha Guck ich dir auch mal gleich vorbei So Gib mir ein bisschen Kohle mal aus hier So nicht verfügbar während du bekannt bist Ach komm Hm Ah ich kann es nicht mehr kaufen Oh stimmt Verdammt Das ist ja auch hier Hehehehe Was kostet es denn? 5000 1000 Ah shit Ich kann mir nur noch eins kaufen Aber da muss ich erst hinfahren Halt Motorrad Oh Jetzt bitte Ich bin ein bisschen Du wirst du schlauert Du wirst du schlauert Du wirst du schlauert Du wirst du schlauert Ja genau So 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 Nicht genug Geld Shit 10.000 Wow What the hell What the hell Das wollte ich mir grad kaufen aber dass es 10.000 kostet Okay Na dann würde ich sagen gehen wir zurück In unser Häuschen mal Ach jetzt will der gute Herr ins Häuschen Jetzt will der gute Herr ins Häuschen Ja Kann man da eigentlich nicht irgendwie im Navi irgendwie einbauen zum Häuschen Na ja rechtsklick Ja ja ich weiß schon aber ich meine dass es so dauerhaft ist weisch Nö Ich lass mir das Ups Äh das Nö das geht nicht Ja du weisch was ich meine aber Ja ja ich weiß schon Ja jetzt will der gute Herr echt da hin Ach ich weiß schon wo Da wartet man erst Da wartet man erst 3 Minuten das Let's Place auf den guten Herren und dann will er plötzlich doch dahin Naja Weißt du wo die Garage ist? Ja schon gesehen Jetzt Aber das Auto brauche ich da drin auf jeden Fall nicht dieses Schrott Ding Ne aber ich will mein Motorrad rein tun das ist der Hammer Genau Tu das Und das glaube ich fahr da mit dem Fahrstuhl hoch Ich bin schon oben Wie das schon schnell? Mit dem Fahrstuhl ne? Ach du bist oben mit dem Fahrstuhl gegangen okay Klar gibt's ja auch noch Ja Hey hier bin ich Leute Party Mach die Bocke an Du 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 Führst du Ja So Wie unsere Bekenntheitlos und Ja Du Ja ich stall schon wieder die Zeit Ich sage eigentlich die Zeit war recht so schnell Aber oil In dem Spiel ist halt soviel zu tun Ja im Prinzip da so weit Open World ist Man kann einfach alles mögliche tun. Ich meine, wenn wir uns mal hier die Map anschauen, allein schon. Ja. So viel zu kaufen, noch keine wirkliche Bandenkontrollen gemacht. Ja. Wie lange? Einige Stunden auf jeden Fall. Ja. Beruht sechs Parts. Und jetzt ist das siebte. Ja. 20 Minuten. Ja, sag mal drei Stunden. Knapp, ja. Wir hatten ja ein paar längere. Eben. Gut. Okay, würde ich sagen. Und für heute mal Schluss, ne? Ja. Okay, von meiner Seite schon mal verabschiede ich mich. Ihr dürft natürlich gerne ein Like da lassen und natürlich ein Abo da lassen, wenn euch das Video gefallen hat und nichts verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer Swisi. Bye, bye. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Froben. Ciao.